Musik Immer wieder willkommen wir Gebetsanliegen von Eltern, die in großer Bedrängnis und Not sind, weil ihre Kinder nicht mit dem Herrn gehen. Aus welchen Gründen auch immer haben sie sich irgendwann entschlossen, ihren eigenen Weg zu gehen und sich von dem Glauben ihrer Eltern oder eines Elternteils abgewandt. Und das ist eine sehr, sehr große Not für Eltern, wenn sie das erleben müssen. Ich habe in der Bibel gelesen und mir begegnete ein Vers, wo ich dachte, das ist ja gewaltig. Das ist ein Vers, den Gott zum Volk Israel sagt, aber den können wir im Glauben genauso für uns beanspruchen. Das ist ein Zuspruch Gottes für alle Leute, die Kinder oder Nachkommen haben. Und so möchte ich diesen Vers dir jetzt zusprechen im Glauben. Das gilt für dich, das gilt für deine Kinder, für deine Situation. Schau, denk mal an Paulus. Das war wirklich jemand, der sich in seinem Leben entschlossen hat, gegen Jesus zu sein. Eine einzige Begegnung von vielleicht 30 Sekunden mit Jesus hat sein Leben komplett umgedreht. Und genau das will Gott auch bei deinen Kindern tun. Er will ihnen begegnen. Er möchte ihnen persönlich begegnen, vielleicht übernatürlich, aber auf jeden Fall möchte er ihnen begegnen und dadurch ihren ganzen Lebensweg ändern. Dieser Vers, um den es geht und den ich dir zusprechen möchte, mach ihn zu deinem Gebet, zu deiner Proklamation und sprich es wirklich über dir und deinen Kindern aus. Ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen, dass sie wachsen sollen wie Gras zwischen Wassern, wie die Weiden an den Wasserbächen. Dieser wird sagen, ich bin des Herrn und jener wird genannt werden mit dem Namen Jakob. Wieder ein anderer wird in seiner Hand schreiben, dem Herrn Eigen und wird mit dem Namen Israel genannt werden. Dem Herrn Eigen oder ich bin des Herrn. Das werden deine Kinder eines Tages aussprechen. Sie werden sagen, ich bin des Herrn. Ich habe einen Namen, der zum Volk Gottes gehört. Ich habe Jesus kennengelernt. Nimm das einfach im Glauben für dich an. Ich glaube, es ist wirklich ein Wort für dich, wenn du in einer solchen Situation bist. Der Herr hat deine Kinder im Blick. Und wir gehen ihm zu danken für die Kinder. Nicht nur klagen, nicht nur ständig Fürbitte, wir gehen ihm zu loben über deinen Kindern und über das, was er in ihrem Leben noch tun wird. Ich glaube, der Herr hat mehr für deine Kinder, für deine Nachkommen und für dich. Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!